Hi, hier ist der Johannes von T3N und ich habe heute einen Cloud Code Editor für euch, nämlich Code Anywhere und damit kann ich sowohl auf dem Mobilgerät als auch im Browser als auch auf verschiedenen Plattformen Code schreiben, was ich machen will und habe auch eine Anbindung an Dienste wie GitHub, Bitbucket, Dropbox oder auch Google Drive und den schauen wir uns jetzt mal an. Direkt bei der ersten Anmeldung bei Code Anywhere bekomme ich ein Testprojekt auf Bootstrap-Basis und das kann ich mir hier ansehen und hier seht ihr auch schon den grundsätzlichen Aufbau von Code Anywhere. Hier links habe ich nämlich den File Explorer und ja, da kann ich SFTP oder normale FTP-Verbindungen herstellen, kann mich mit Google Drive, Dropbox oder GitHub verbinden und habe hier meine Sandbox oder Sandbox und da ist schon dieses Standardprojekt drin, das ich hier schon mal geöffnet habe, eine Datei davon und da wären wir schon beim zweiten Element, nämlich dem Code Editor und hier kann ich lockerflockig Code schreiben, was ich denn hier reinschreiben möchte und ja, dann habe ich hier rechts die Vorschau des Ganzen. Der Editor unterstützt unter anderem sowas wie Autocomplete und hat natürlich auch ein Syntax-Highlighting, wie ihr hier seht und ja, hier oben in der Symbolleiste habe ich die ganzen verschiedenen Symbole, die ich auch aus ganz vielen anderen Editoren kenne, ob ich hier speichern möchte oder eine neue Datei erstellen möchte. Ich kann aber auch Dateien zur Zusammenarbeit mit anderen hier freigeben oder ich kann mir hier die Revisionen anschauen, die ich von einer bestimmten Datei habe, was natürlich aber überflüssig ist, wenn ich ganz normale Git-Repositories nutze, die man auch hier bei Code Anywhere einbinden kann. In den Einstellungen habe ich umfassende Anpassungsmöglichkeiten, wenn ich die hier mal aufmache, dann kann ich die Schriftgröße oder die Schriftart anpassen, aber auch die Benutzeroberfläche lässt sich anpassen. Das Syntax-Highlighting, da kann ich die Farben festlegen, die ich gerne haben möchte und ja, das war es soweit eigentlich schon. Wie vorhin schon mal erwähnt, funktioniert das Ganze auch mit den mobilen Apps, die Code Anywhere anbietet und ich zeige euch das mal hier auf meinem Smartphone. Wenn ich die App aufmache und hier eingeloggt bin, dann kann ich mich durch meine Projekte navigieren und wenn ich hier mal in das von Anfang an angelegte Projekt gehe, kann ich hier auch mal in die Indexdatei gehen, kann hier dann meinen Code editieren, habe dafür ein paar Sonderzeichen hier auf der Tastatur und kann mir das dann wie in der Desktop-Version auch hier oben über das Menü beispielsweise speichern oder ich öffne das hier in der Vorschau. Das war es soweit für dieses Mal schon wieder. Wenn ihr unsere Videos mögt, dann abonniert auch gerne unseren Kanal, dann bekommt ihr immer mehr davon. Ja, ansonsten gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.